Bei Vantage Digital stand Familienzuwachs an. Das High-End-Modell HD8000S hat mit dem HD1100S einen kleinen Bruder bekommen. Mit einem UVP von 249 Euro müssen irgendwo Abstriche gemacht werden. Bei den bereits bewährten Features, wie sie beim HD8000S zu finden sind, wollte der Hersteller nicht sparen. Jedoch bei der äußeren Verpackung, und so präsentiert sich der HD1100S in einer kleineren und unauffälligen Verpackung, das Display in der Mitte zeigt den Programmplatz an. Und davon hat er nahezu unendlich viele. Nämlich mehr als 20.000, mehr als ausreichend, um den HD1100S an einer motorgesteuerten Antenne unter DISEK 1.2 oder USELS zu betreiben. Aber auch Multi-Feed-Antennen finden ihr DISEK-Protokoll, nämlich 1.0 und 1.1. Und wer sein Haus mit Unicable ausgestattet hat, findet die entsprechende Einstellung. Auf der linken Seite der Vorderfront erlauben ringförmige Multifunktionstasten die Bedienung direkt am Gerät. Für den Pay-TV-Empfang mit entsprechenden Modulen und einer Smartcard stehen ein CI-Schacht und ein Kartenleser zur Verfügung. Vergleicht man die rückwärtigen Anschlüsse mit dem großen Bruder HD8000S, fällt sofort auf, dass bei den wirklich wichtigen Verbindungen zur Außenwelt nicht gespart wurde. Das Signal von der Antenne kann bei Bedarf durchgeschleift werden. Gibt es noch keinen HD-Bildschirm im Hause, dann stehen für die analogen Video- und Audiosignale eine SCART und zwei RCA-Buchsen bereit. Der HD-Ready- oder Full-HD-Bildschirm wird natürlich über den HDMI-Anschluss mit digitalen Signalen versorgt. Die Dolby Digital Audio Anlage wird über den optischen digitalen Audioausgang gefüttert. Ein Beamer verlangt in der Regel nach einem Komponentensignal. Dieses liegt beim Vantage HD1100S an drei RCA-Buchsen an. Das Streamen zwischen zwei Vantage-Receivern oder den Download von Inhalten über den Vantage FTP-Server ermöglicht der Netzwerkanschluss. Nur weil er kleiner und wesentlich preiswerter ist, braucht man beim HD1100S nicht auf die verlustfreie Aufzeichnung von Inhalten auf eine Festplatte zu verzichten. Der rückwärtige USB-Port akzeptiert entsprechende Festplatten und USB-Sticks. Alle gängigen Formate wie MP3, MPEG-2, JPEG oder XVID werden problemlos abgespielt. Der Netzschalter ist bei Vantage Digital ein Standard. Angst vor der Erstinstallation? Die ist beim HD1100S unbegründet. Ein Wizard führt sicher durch diese Prozedur. Eventuelle DISEG-Konfigurationen werden automatisch erkannt. Nach ein paar Minuten hat man die Installation hinter sich gebracht. Wer keinen langen Suchlauf machen möchte, bedient sich der vorprogrammierten Listen. Sie sind den Zuschauerwünschen in Deutschland, Österreich oder der Türkei angepasst worden. So ist man sicher, dass die nationalen Programme immer die ersten Plätze in der Kanalliste einnehmen. Der mehr erfahrene Besitzer des HD1100S wird sich des automatischen oder des manuellen Suchlaufs bedienen. Und sollten für einen Satelliten keine Senderdaten vorliegen, so bietet der HD1100S einen sogenannten Blind Scan. Das gesamte Frequenzband oder auf Wunsch Teile davon werden in wählbaren Geschwindigkeiten nach kompatiblen Signalen angesucht. Das Ergebnis ist eine tagesaktuelle Frequenzliste. Nach den Bildschirmeinstellungen, hier stehen die Auflösungen 1080i, 720p, 576p und 576i zur Verfügung, zeigt der HD1100S sein wahres Können, nämlich eine erstklassige Videoqualität in HD oder auch in SD. Ein Infobalken am unteren Bildrand zeigt für einige Sekunden Informationen zur laufenden und folgenden Sendung. Mehr Infos zum Inhalt einer aktuellen Sendung vermittelt die Infotaste. Ein zweiter Druck auf diese Funktionstaste liefert zusätzlich Stream-Informationen des Senders. Und wer sich über zukünftige Sendungen informieren und die auch noch für die automatische Aufnahme in einem der 40 Timer programmieren möchte, der bedient sich des elektronischen Programmführers. Einen bildlichen Überblick auf bis zu sechs Sender gleichzeitig ermöglicht die Mosaik-Funktion. Die Installation von neuen Software-Versionen ist von Zeit zu Zeit ein Muss für jede Set-Top-Box. Vantage macht es seinen Kunden leicht. Über Satellit wird die jeweils aktuelle Software-Version in den Receiver eingespielt. Und wer keinen Zugang zum Astra-Satelliten auf 19,2 Grad Ost hat, kann die neueste Software-Version über die Vantage Digital Homepage herunterladen und mittels eines USB-Sticks in den Receiver einspielen. Ist der Vantage HD 1100S nun eine abgespeckte Version des HD 8000S? Nein. Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale wurden übernommen und so stellt sich der HD 1100S als preiswerte Set-Top-Box mit hervorragenden Eigenschaften wie ein eingangsempfindlicher Tuner, PVR-Funktion, mit einer sehr guten Videoqualität in SD und natürlich HDTV und mit sehr kurzen Umschaltzeiten dar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017